Wie geht es denn echt runter zu Willi? Oh nein, kein Geld ausgeben. Ein Zug! Schnell! Hoch! Lauf! Los! Ein Zug, der verliert Kohle. Und so. Who am I? Das weiß ich auch nicht, wo du bist. Hallo! Oh nein, nicht angeln! Oh nein, der hat gar nichts verloren. Ich war viel zu langsam. Ärgerlich. Was ist das eigentlich alles für Buxen hier? Verlier was? Oh Mann, oh. Was ist das da hinten? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Okay. Kann ich da nicht rein? Sieht nicht so aus. Okay. Wir gehen wieder runter. Wobei wir auch rüber gehen könnten. Und unseren Recycler ausprobieren könnten. Dann ist sie schon wieder 18 Uhr. Dann könnten wir eigentlich noch gucken, ob wir nicht vielleicht doch eine Sardine in unserer Truhe haben. Ich bin mir echt nicht sicher. Ui. Halt. Nee, nicht essen. So. Die können da rein. Die können da rein. Ich kann eigentlich noch mal ein bisschen... Eisen machen. Oh nee, halt. Ich wollte... Gold machen. Nee. So rum. So. Morgen kommt dann Eisen dran. Genau. Meine Mayo ist auch schon fertig. Ja, Wahnsinn. Sogar eine Gold-Mayo. Die brauche ich auch im Gemeindezentrum, ne? Also eine Mayo. Ein Stuhl pupst. Ähm. Du kannst noch verkauft werden. Du noch. Oh, sieht schlecht aus für mich. Die Fasern kommen hier noch hin. Das kann ich verkaufen. Das bleibt... Da können wir eigentlich noch schnell hoch gehen. Ich bin mir fast sicher, dass wir da noch eine brauchen. Und ich habe Durst. Ich kriege meine Flasche einhändig nicht auf. Moment. So. Wir können wieder weiterlaufen. Das ist immer der Nachteil, wenn man so viel quatscht. Irgendwann mit der Hals trocken. Ähm. Ich glaube in der Speisekammer war das, ne? Ja, die Speisekammer ist da oben. So. Hier irgendwie nicht. Hier irgendwie auch nicht. Hoppala. Ne, das wollte ich gar nicht. Hier auch nicht. Aber irgendwo haben wir doch diese Bühne Mayonnaise gebraucht. Da nicht. Auch nicht. Das haben wir schon fast. Ich finde noch zwei Sachen. Und die Sirup-Dinger. Da habe ich jetzt echt hier nirgends mehr eine Mayonnaise. Rilaxkammer? Nee. Ekarium. Heizraum. So, ja. Da brauchen wir noch ein Gold-Ding. Feuerquats damals auch. Da kriegen wir unsere Lore. Okay, wir müssen den Heizraum fertig machen. Achso, ja. Die 25.000. Schwarzes Brett. Oh, vielleicht war es da. Was bist du denn? Graulbarsch. Nee. Ach, verdammte Axt. Okay, wir haben nirgends mehr Mayonnaise gebraucht. Gut. Dann nicht. Aber die Lore können wir fertig machen morgen. Das ist sehr gut. Komm mal schnell in die Mine hoch. So. Dann haben wir wieder einen Tag geschafft. War zwar nicht ganz so effektiv wie die, wie die vergangenen Tage, aber immerhin... ... ... ... ... ... So, zu den ganzen verkauften Sachen müssten wir auch unsere 25.000 fertig haben. Jo. Locker. Das heißt, wir können oben ein bisschen was fertig machen. Ja, wir haben den Sirup. Den können wir auch gleich oben reintun. Ja, läuft bei uns. So, zuerst mal gießen. Dann Hühnchen. Damit wir das nicht vergessen. Vula. Da noch mal Mais gekriegt. Vielleicht kriegen wir auch noch mal Cranberries. Okay. Bevor der Herbst endet und in den Winter übergeht. Ja, du bist ein süßer Hund. Ich hab kein Wasser mehr. Da sollten wir auch endlich die Gießkarte mal upgraden. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ich glaub, Gas hat heute zu, oder? Dann würde ich gleich Eisenwaren mitnehmen. und die Spitzhacke aufwerten. Ja, Chicken Nugget, geh mal weg. Ich will das andere Hühnchen. Okay. So. Wieder Eier für die Mayonnaise-Maschine. So. Wieder Eier für die Mayonnaise-Maschine. So. Und Gold auch. Der Quas kann da rein. Das Gold nicht. Das brauch ich noch gut. Eisenwaren brauch ich auch noch. So. Was wollen wir jetzt alles tun? Ich hab wohl ein bisschen den Überblick verloren in meiner Euphorie. Okay. Den können wir verkaufen. Dann brauch ich... Den Feuer... Brauch ich denn den Feuerquatschen? Sag ich's nicht, den hab ich verkauft. Ach, der liegt oben. Ach, bin ich ein Idiot. Natürlich liegt der oben. Genau, den Feuerquats kann ich reintun. Ich kann eigentlich mal gucken. Der Feuerquatschen. Den Haarquatschen. Ach ja, den Goldwaren. Die Goldwaren hab ich ja dabei. So. Oh ja, Quatschen hier. Jawohl. Gut. Jetzt hätte ich eigentlich aus der anderen Truhe das blöde... dem blöden Sirup-Ding mitnehmen können. Ich will das Laufen sparen. So, hier. Ich finde es immer lustig, wie das auf dem Kopf oben liegt. So, jetzt haben wir unsere drei Sirup-Dinger. Die stehen da oben. Irgendwann machen wir noch mehr. Also momentan sollten die reichen. Jetzt gehen wir noch zu Sebastian, weil ich gerade oben rumgegangen bin. Dann gehen wir runter ins Gemeindehaus. Ist eigentlich der Ding da? Nee, hier nicht. Sonst hätte ich dem jetzt die Joja-Kohle geschenkt. Darüber. Ich will diesen Kotzian nicht unterstützen. Hey, nein, dich will ich gar nicht. Zu deinem Sohn. Nein. Nein. Hallo. Mein Zimmer wäre vielleicht weniger deprimierend, wenn es ein Fenster hätte. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Du kennst meine Meinung. So, dann gehen wir jetzt runter. Muss ich eigentlich irgendwas kaufen, dafür, dass ich heiraten kann? Ein Hauswohnen ist immer so ein Doppelbett. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaube, ob ich in die Speisekammer für den blöden Sirup. Oder auch nicht. Dann vielleicht unten? Ich glaube, auch nicht. Nein. Doch. Natürlich da unten hin. So. Dann müssen wir da rüber. Das schwarze Brett. Das schwarze Brett. Nee, nicht ans schwarze Brett. Das Ressort müssen wir hoch. Genau. Kaufen. Belohnung. Lege einen Edelstein in deiner Wahl hinein und erstelle Kopien davon. Sau geil. Huch. Die sind voll süß. Hier sind die Unimos, Hüter des Waldes. Ui. Wir haben wieder einen schönen Raum. Das ist ja cool. Dich da hinten. Zack. Bündel komplett. Was kriege ich denn? Uh. Um die Eolen. Und hier kriege ich noch was. Bündel komplett. Belohnungen. Ein Schmelzofen. Ein Schmelzofen. Da war da ein Stern an die Ding. Dieses Haus steht seit Jahren leeren. Die Bäume sind eingezogen. Und wir mit ihnen. Das machen voll süße Geräusche. Kann man überall nirgends mal was machen. Okay. Das hast du ja auch schon zwei Räume komplett. Oh, die folgen mir jetzt. Oh mein Gott. Ihr seid so süß. Ich frage mich, was da hinten mit dem Raum ist. Hi. Oh Gott, bist du süß. Bleibt ihr einfach so? Warte, muss auch noch was passieren. Hallo. Ähm. Ähm. Jo. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Bus und die Loren. Jetzt gehen wir noch zu Gas. Damit der unsere Axt verb... Ne, Spitzhacke verbessert. Axt haben wir schon. Ich glaube, das sind auch die 3.000, die wir brauchen. Dann können wir auch noch hochgehen. Und gucken, was wir von der Mutter unseres zukünftigen Ehemannes kaufen können, was wir bräuchten. Letzige verbessern. Äh. Stahlspitzhacke, ne? 5.000. Fuck. So viel Geld haben wir nicht. So eine Scheiße. Kann ich bitte ihm auch... Kann ich das verkaufen? Ne. Das ist jetzt ungünstig hier. Na gut. Aber wir wissen auch nicht, wie viel Glück wir haben, ne? Blöd jetzt. Okay, wir brauchen wohl doch noch ein bisschen. Ah, wir haben jetzt so ein Kristallium-Ding. Wo stelle ich das denn jetzt wieder hin? Den Schmelzupfen haben wir auch noch einen. Zusätzlichen. Zu wem wollte ich noch? Zu der Mutter unseres zukünftigen Ehemannes. Okay, das heißt, wir gehen wieder hoch. Weil wir sind ja vorher erst runtergegangen. Damit uns nicht langweilig wird. So. Ich freue mich schon richtig, wenn es... Wenn es Rathaus wieder fertig ist. Also wieder hübsch ist. Hoffentlich hat die noch offen. Ja, hat sie. Natürlich war ein spitziger. Haus verbissern. Ich kann ein Haus vergrößern oder eine Kirche hinzufügen. Ah, noch nicht. Okay. Nein. Das heißt, wir müssen sparen auf 10.000. Kalender. Das wäre mal super. Holzfeuerschale. Holzboden. Holzboden, Steinboden, Drettsteinpfad, Strohboden, Kestallpfad. Okay, so viel ist das irgendwie nicht. Ein Kalender wäre tot. Wer tot. Ein Kalender wäre tot. Nein, auf sie zu angeln. Hofgebäude errichten. Was brauchen wir denn? Okay. Äh. Stall. Brunnen, Silo, Mühle. Schuppen. Wenn du das Gebäude füllst, mit was auch immer du willst, der Innenraum kann eingerichtet werden. Eine Hütte. Achso, das sind die. Oh, Pferdstall. Wir brauchen so enorm viel Kohle, ey. Das ist ja Wahnsinn. Wir brauchen echt viel Geld. Wir müssten mehr Pflanzen anbauen. Wir müssten mal die Wasserspringler machen. Das machen wir alles nächstes Jahr. Im Winter können wir nicht viel Amt pflanzen und wir haben keinen Gartenhaus. Was schlecht ist. Oh, meine Mayos werde ich... Eier habe ich zu viel? Doch, ich habe noch Eier dabei. So. Den Schmilzofen. Kann man da hinten noch reinstellen. Hier. Ähm, Kohle habe ich nicht zufällig dabei. Ich habe auch sonst nichts dabei. Ähm. Da kann ich das Eisen mal wieder... einschmelzen. So. Gut. Dieses Ding... Stellen wir... Ich würde sagen, hier hin. Habe ich denn irgendwelche Kristalle? Ich weiß es gleich gar nicht. Mineral. Kristall? Mineral. Ich weiß jetzt nicht, ob Kristalle eine extra Rubrik ist. Ah. Okay. Wir haben jetzt eine Amethystherstellung. Ist doch super. Dann können wir aber eigentlich, ähm... Genau für sowas... eine Kiste da hinten hinstellen. Ähm. Dafür brauche ich Holz. Da ist Holz. Kiste. Dann müssen wir jetzt wieder da rein. Da kann ich verkaufen. Dann können wir irgendwie so auch. Ich könnte da hinten auch eine Eierkiste hinstellen. Ich brauche auch noch mal Holz. Oh, eine Kiste. Machen wir eine Eierkiste auch noch. Da können wir nämlich die ganzen Eier... da hinten noch raus. Vielleicht kommt in die Eierkiste auch noch Mayonnaise mit dazu. Hoch. Nein. Nicht essen. Deine Freundin ist noch gar nicht fertig. Das dauert jetzt aber auch nicht mehr lang. Genau. Preisel-Bär-Gelett. Zack. Ähm. Ich bräuchte Preisel-Bär wieder. Da. Da. Nicht essen. So viel Hunger hat kein Mensch wie du. Zack. Dann stellen wir... Dann stellen wir... Genau, das war die Kristallkiste. Mineralkiste. Die hat welche Farbe? Mal lila. Weil wir auch einen Amethyst drinnen haben. Dann haben wir hier eine Eierkiste. So, Eierkisten sind weiß. Da kommen Eier rein und Mayonnaise. So. Genau. Jetzt kann ich die ganzen Minerade unten aus der Kiste holen. Die vielleicht vorher bedenken können. So.